In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Urbeer, wie ein Computer programmiert, es gibt keinen mehr, der sich dagegen entfährt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert, wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Crews der Tag. In kleinen Banden sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd, Hey, hier kommt Alex, vor Hagenau, für seine Horrorshow. Hey, hier kommt Alex, vor Hagenau, für ein kleines bisschen Horrorshow. Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt, zelebrieren sie die Zerstörung, Gewalt und Brutalität. Es wird sie ihre Opfer leiden sehen, spüren sie Befriedigung. Es gibt nichts mehr, was sie jetzt auffällt, in ihrer gnadenlosen Wut. Hey, hier kommt Alex, vor Hagenau, für seine Horrorshow. Hey, hier kommt Alex, vor Hagenau, für ein kleines bisschen Horrorshow. 20 gegen einen, bis das Blut zum Vorschein kommt, ob mit Stöcken oder Steinen, irgendwann platzt jeder Kopf. Das nächste Opfer ist schon dran, wer dir den lieben Gott noch fragt, Warum hast du nichts getan, warum hast du nichts getan, nichts getan? Hey, hier kommt Alex, vor Hagenau, für seine Horrorshow. Hey, hier kommt Alex, vor Hagenau, für ein kleines bisschen Horrorshow. Hey, 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 hier kommt Alex, vor Hagenau, für ein kleines bisschen Horrorshow. Oh, mayor!